Was ist denn hier los? Hier muss ich sagen, es ist recht glatt. Da liegt da irgendwie Balu der Bär. Ich fahr auch noch hinterher, weißt du. Oh, du ahnst es nicht. Wenn du mir hinterherrollst, kann dir nichts passieren. Wenn du abbrechen willst, brichst du vorher an, du hast deutlich vorher. Nein, nein, durchziehen. Okay. Ja. 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 Wow. Wow. Der war gut. Der war richtig nice. Hat sich gut angefühlt, ja? Richtig gut. Der zweite war jetzt richtig gut. Der erste war so, okay, ich habe es gemacht. Der zweite war richtig gut. Ja. 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 Aber es ist echt erstaunlich, dass wenn du doch mal nicht bremst und mal einfach rein fährst und lenkst, wie so ein Reifen doch funktioniert. funktioniert. Das ist, also das ist mega. Ja. 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 Aber es sieht sehr chillig aus, wie du da liegst. Das war auch eine recht angenehme Landung. Ich hab nur hier den armen Baum ein bisschen abgeschnitten. Da liegt da irgendwie bei Luderbär. Ja, das ist ziemlich trocken. Bis gerade eben war es noch trocken. Scheiße. Ja. Dämpfer auf. Si. Ja. 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 Boah. Ja. Und dann auft er nochmal ab. Ja. 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 Das war richtig gut. Eine schöne kleine Runde. 1580 Höhenmeter. 50,7 Kilometer. 6 Stunden 37. Das läuft für uns. Weißt du, was ich jetzt habe? Bärenhunger. Ja. W bara 5. Ja. Untertitelung. BR 2018